Herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Ich sehe es gerade mit dem Luca Czeppella. Er ist Recruiting-Experte und hilft Unternehmern in der Schweiz dabei, Mitarbeiter zu finden und auch das Mitarbeiter- oder das Arbeitgeber-Branding so zu verbessern, dass man auch qualitativ bessere Mitarbeiter finden kann oder einfach allgemein interessanter wird für Mitarbeiter, die bei dir arbeiten wollen in dem Sinne. Und wir werden heute darüber sprechen, was du als Unternehmer für Tipps mitnehmen kannst auf dem Weg, damit du eben hier deine Chance verbesserst, auch die richtigen Leute für dein Team zu finden. Vielleicht kannst du dich einfach nochmal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Luca Czeppella von der Czeppella Solutions GmbH. Wir helfen eben, wie gesagt, Unternehmen dabei, die passenden Fachkräfte zu finden, da es ja heutzutage extrem schwierig ist. Die meisten tun sich da extrem schwer, die richtigen Leute zu finden, die dann auch langfristig bei ihnen bleiben. Und da unterstützen wir die Unternehmen dabei. Sehr guter Punkt, den du gebracht hast, das mit dem Fachkräftemangel. Existiert der wirklich oder wie siehst du das ganze Thema? Da gibt es ja verschiedene Ansichten, sage ich jetzt mal. Ja, es gibt einige Leute, die sagen, ja, es gibt diesen Fachkräftemangel. Andere Leute sagen, ja, hey, du musst es einfach auf online umstellen, weil heutzutage wird es einfach anders gemacht und du musst es einfach nicht falsch machen. Wie siehst du das ganze Thema? Ja, also beide Themen beziehungsweise beide Meinungen sind zum gewissen Teil auch richtig. Natürlich, wir haben zum einen die Boomer, die jetzt dann bald in Rente gehen. Und da wird es natürlich weniger Fachkräfte geben. Und dann gibt es natürlich gewisse Branchen, die leiden mehr darunter, weil die Berufe einfach nicht mehr ausgebildet werden. Aber grundsätzlich stimmt das schon. Also man muss vor allem auf Online-Recruiting auch setzen, damit man da heutzutage auch wirklich eine gute Anzahl an Bewerber bekommt, um da wirklich am Markt zu bleiben. Wenn wir jetzt über Online-Recruiting sprechen, vielleicht reden wir ganz kurz darüber, was sind so die klassischen Modelle und warum bist du jetzt der Meinung, sage ich jetzt mal, dass Online viel besser ist in dem Sinne? Also die klassischen Modelle sind ja zum Beispiel die Jobportale, Zeitungsinserate und dann gibt es auch eben ganz klassisch Personalvermittler oder Headhunter. Und das Problem dabei ist halt zum einen, bei Jobportalen sprichst du halt nur die Leute an, die aktiv auf Suche sind. Und das sind ungefähr 5 bis 10 Prozent, die aktiv nach einer neuen Herausforderung suchen. Dann gibt es aber auch ganz viele, die grundsätzlich offen sind und unzufrieden mit ihrer aktuellen Stelle sind. Und diese kannst du halt durch diese Methoden nicht erreichen. Dasselbe auch bei Zeitungsinseraten. Ja, da hast du einfach extrem viel Geld, was du ausgibst, damit du da mal ausgespielt wirst. Dann wird das an, sage ich mal, 50.000 Leute per Post rausgeschickt. Ja, dann sehen es vielleicht noch 1.000, dann direkt in der Werbung. Und ob das auch die Richtigen sind, das ist dann auch die andere Frage. Ich denke, meistens eher nicht. Deshalb funktionieren diese klassischen Methoden nicht so gut. Und von Personalvermittlern hatte ich selbst nicht so viel, weil dann gibt man einfach Geld aus, um den Brand zu löschen, damit man irgendjemand bekommt, der vielleicht doch nicht zu 100 Prozent passt. Und was da einfach fehlt, ist das fehlende Marketing für den Betrieb selbst, also für das Unternehmen. Das heisst, man bezahlt dann einen Haufen Geld, um dann eine Person zu kriegen, ohne weitere Benefits zu haben, wie zum Beispiel Branding-Benefits, die auch langfristig fürs Unternehmen wirken. Das ist auch ein guter Punkt. Lass uns da sehr gerne gleich auch nochmal drauf eingehen, auf dieses Branding-Thema. Jetzt vielleicht, was sind so typische Fehler, die du vor allem noch siehst? Also du hast jetzt angesprochen, ja, die Kanäle muss man richtig auswählen in dem Sinne, wenn ich es auch richtig verstanden habe. Vor allem die Leute, die man sozusagen mit den Stelleninseraten targetiert, die sind eher auf Stellensuche. Also das heisst, da wird man vielleicht auch nicht so die besten Leute finden können, ja, weil die Frage ist auch, warum sind die überhaupt auf Stellensuche? Wurden die vielleicht selber gekündigt, weil sie nicht, auch nicht so gut für die Unternehmen gepasst haben oder so? Und auf der anderen Seite kann man einfach viel mehr Leute targetieren, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber was sind so noch andere Fehler, die die Leute machen, sage ich jetzt mal, so dass sie da einfach zu wenig, oder zu wenig gute Leute auch finden? Also die typischen Fehler da sind, dass einfach eben immer noch auf veraltete Methoden gesetzt wird und die meisten Arbeitgeber sind sich nicht dessen bewusst, dass sie selbst als Arbeitgeber wie ein Produkt sind, das ein Problem auf dem Markt löst. Sprich, es gibt ja viele, die im angestellten Verhältnis sind, denen es nicht mehr zu 100% passt und die haben halt ein gewisses Problem und das kann man lösen. Und sie müssen sich halt als Arbeitgeber so positionieren, dass sie eben genau diese Probleme lösen, um diese 30 bis 40%, die unzufrieden sind, für sich zu gewinnen, damit die für diese Leute eine Lösung haben, die auch perfekt zu ihnen passen. Du hast ja eben das vorhin angesprochen noch mit dem Branding, ja, oder auf gut Deutsch wäre das ja sozusagen der Markenaufbau oder die Wahrnehmung nach außen als Arbeitgeber oder das Ganze. Vielleicht kannst du da nochmal sagen, was kann man da falsch machen oder was, warum ist das überhaupt so wichtig, dieses Thema? Ja, also die regionale Marke ist halt extrem wichtig, allgemein für die Wahrnehmung, damit man auch sieht, dass da Leute, also was für Werte die Firma hat, damit man auch Leute anzieht mit denselben Werten oder die in so eine Position reinwachsen wollen und das kann man halt nicht, wenn man auf der Webseite zum Beispiel keine Werte hat. Allgemein gibt es sogar Unternehmen, die zeigen nicht mal die Benefits auf den Seiten, die packen dann nur auf, ja, dein Profil, deine Aufgaben und dann Benefits ist einfach leer in dem Sinne und da muss man sich halt positionieren und dann auch eben sagen, was man bietet und für was man steht, damit man die richtigen Leute anzieht. Sonst zieht man einfach irgendwelche Leute an, die dann grundsätzlich zum Unternehmen auch gar nicht passen. Was ich auch oft festgestellt habe ist, ich meine klar, wenn ich mich in die Lage versetze von auch anderen Unternehmern, die eventuell auch nicht so viel investieren in dieses Thema Recruiting, das Einfachste ist ja einfach irgendwo von einer anderen Firma eine Stellenanzeige anzuschauen, zu kopieren und irgendwie anzupassen auf die eigene Firma und was ich da beobachte, ist, dass dann eigentlich so eine Art von alle machen irgendwie das Gleiche und was denkst du, wie kann man dort eventuell mit so ein paar einfachen Sachen wirklich herausstechen, weil so, wenn ich es richtig verstanden habe, bei diesem Branding geht es ja auch darum, seine persönlichen Werte darzustellen, um genau die richtigen Leute anzulocken und wenn man da natürlich was kopiert oder so, passiert ja das Gegenteil, weil wenn man irgendwas kopiert von einer anderen Firma, die ganz anders vorgeht, die ganz andere Werte hat und so weiter, dann trifft man da ja nicht ins Herz. Hast du dazu vielleicht noch ein paar Gedanken? Ja, auf jeden Fall. Also man kann natürlich nicht als kleines Unternehmen irgendwie das Ganze von großen Unternehmen kopieren, weil das ist einfach grundsätzlich ganz anders von der Chemie. Dementsprechend muss man sich halt wirklich mal damit auseinandersetzen als Firma, was bietet man überhaupt, was sind die Werte und da mal wirklich in die Tiefe reingehen, am besten eben auch mit einem Berater, der sich da auskennt, damit man da einfach wirklich weiss, was für Benefits bieten wir. Das Kopieren an sich lohnt sich nicht wirklich, weil ein grosses Unternehmen, wenn man da als kleines Unternehmen jetzt von grossen Unternehmen kopiert, ja dann hat man ganz andere Werte und da wollen auch ganz andere Leute arbeiten bei einem grossen Unternehmen, da arbeiten andere Persönlichkeiten als bei einem kleinen Unternehmen. Deshalb muss man das wirklich individuell bewerten und einmal ins Ganze reingehen, was bietet man überhaupt, was hat man als Firma für Werte und wie will man diese auch nach außen tragen. Das bedeutet, man kann sogar dadurch einfach die falschen Leute bekommen und dann wundert man sich eventuell, dass das einfach nicht passt oder so oder man stellt sogar jemanden ein, weil der die falschen Sachen kommuniziert bekommen hat über die Schnellanzeige und dann, ja, nach ein paar Monaten muss man die Person wieder kündigen und so weiter. Hier vielleicht als nächstes nochmal die Frage, du hast ja auch so ein bisschen gesagt, dass man das individuell machen muss. Wie kann man denn jetzt sicherstellen, jetzt, dass wirklich die richtigen Leute targetiert werden, dass auch die richtige Sprache verwendet wird, dass die richtigen Werte kommuniziert werden? Wie geht man da am besten vor, sage ich jetzt mal, vom Prozess her in dem Sinne? Ja, also am besten schaut man sich mal das Unternehmen von außen an, wie auch von innen und ganz wichtig ist, dass man auch mit den Leuten im Unternehmen spricht, wie die das Unternehmen beschreiben, weil das ergibt am Ende des Tages auch die Werte, die im Unternehmen sind, wenn man da mit verschiedenen Leuten spricht, dann kriegt man da schnell raus, eben wie auch die Unternehmenskultur ist und was eben die für Pain-Points beispielsweise hatten, bevor sie jetzt zu diesem Unternehmen gewesselt sind. Und so kann man das Ganze auch langfristig eben replizieren, um wieder solche Fachkräfte zu finden, die man bereits gefunden hat. Das heißt, einfach eine gute Analyse machen, vor allem eine Befragung machen, auch vielleicht befragen so, hey, wieso bist du eigentlich zu uns gekommen eigentlich? Ich meine, da findet man ja extrem viele Sachen raus, was der Grund damals gewesen ist. Und wenn man sich die Leute anschaut, die im Team sind, von denen man mehr haben will in dem Sinne und mit denen das Ganze bespricht, wenn ich es richtig verstanden habe, dann kann man da wertvolle Inputs benutzen und so kann man das ja auch über Social Media dann entsprechend ansprechen. Und vielleicht hier nochmal ganz konkret, kannst du da noch ein bisschen mehr darauf eingehen, wie macht man das jetzt ganz oder wie ist das auch technisch? Wie sollte man da am besten vorgehen? Sollte man da jetzt irgendwie auf Instagram irgendeine Story machen oder sollte man da jetzt auf Facebook Ads schalten oder wie sieht das Ganze aus von der Seite? Was funktioniert da aktuell besonders gut? Ja, also aktuell funktionieren natürlich die sozialen Medien extrem gut, sprich Facebook, Instagram, TikTok, je nachdem oder auch vom Alter von der Zielgruppe her, ob man jetzt Lernende sucht oder ob man jetzt Fachkräfte sucht, die schon eben zwischen 20 bis 40 sind in dem Sinne. Und da hat man einfach auf den sozialen Medien eine viel höhere Reichweite als eben bei den klassischen Modellen wie zum Beispiel den Zeitungsinseraten oder eben Jobportalen. Da reicht man halt viel weniger. Deshalb sind diese Methoden mittlerweile so gut, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis für die Reichweite, die du kriegst, ist halt ein enormer Unterschied. Und da ist natürlich auch klar, wenn man da mehrere hunderttausende Leute erreicht, die das auch wirklich sehen, dass dann die Quantität auch besseres von den Bewerbern. Sehr, sehr spannend. Was wir jetzt auch festgestellt haben, als wir Werbung, Mitarbeiterwerbung geschaltet haben im Kanton Bern, dann hat das uns nicht nur im Recruiting was gebracht. Also wir haben da im vierstelligen Bereich also tausende von Bewerbungen eigentlich auch reinbekommen im Kanton Bern alleine. Was ich dann festgestellt habe auch, ist, dass es auch allgemein für die Firma, die die Bekanntheit deutlich erhöht natürlich auch. Wenn wir jetzt schon über diese Facebook-Werbung gesprochen haben, da kann man ja auch zum Beispiel einstellen, in welche Leute man targetiert und vor allem aber auch, in welchem Radius man das Ganze macht. Und ich glaube, da gibt es auch so verschiedene Philosophien, was da am sinnvollsten ist und so weiter. Kannst du da vielleicht nochmal sagen, worauf sollte man da jetzt zum Beispiel achten? Ja, da kommt es natürlich darauf an, kommen Leute mit dem Zug oder mit dem Auto. Man sollte grundsätzlich mal einen Weg festlegen, der so das Maximum ist. Zum Beispiel beim Pendeln, dass man sagt eben zum Beispiel 45 Minuten ist das Maximum. Ja, sonst ist das Ganze langfristig einfach nicht nachhaltig. und da sollte man einfach im Radius auch schauen, weil Verbindungen, zum Beispiel auch Zuganbindungen, funktionieren gut. Sprich, manchmal lohnt es sich eben auch ein bisschen weiter zu gehen vom Radius her, damit man eben diese Verbindungen auch noch mit reinkriegt, die vielleicht weiter weg sind oder auch näher, je nachdem, aber trotzdem kürzere Arbeitswege sind. Das heißt, man macht einfach so eine kleine Analyse, schaut sich an, Züge, Auto und das kommt auch darauf an, hat man Parkplätze zur Verfügung für die Mitarbeiter oder nicht und diese ganzen Geschichten. Und vielleicht noch mal ganz kurz zum Abschluss von dem Interview, gibt es auch noch irgendwelche anderen Vorteile, wenn man jetzt auf Social Media, sage ich jetzt mal, Werbung schaltet. Gibt es da noch andere Sachen, die du da siehst, die auch noch gut sind? Ja, natürlich. Also man wird so einfach omnipräsent in der Region, Sprich, wenn jemand auch einen Dienstleister sucht, wie ein Treuhänder, dann ist natürlich jetzt hier in Bern klar, okay, Telepsky-Treuhand, ja, ist im Hintergrund, im Kopf, im Hintergedanken und auch für jemand, der jetzt nicht aktiv nach einem Job sucht, zufrieden ist, wenn der dann auf Suche geht, ist ihm natürlich Telepsky-Treuhand zuerst im Hinterkopf, weil er halt Telepsky-Treuhand die ganze Zeit im Hintergrund gesehen hat und das halt direkt im Unterbewusstsein schon eine Verknüpfung dazu gibt und das natürlich viel näher als eine Firma, die man noch nie gesehen hat. Das heißt, man ist sozusagen einfach top of mind und wenn man dann in Aktion tritt sozusagen, dann, genau, dann denken die Leute auch direkt an die Firma zum Beispiel. Vielleicht noch zu guter Letzt, wie ist das jetzt mit TikTok? Da gibt es ja auch immer mehr Firmen, die das auch geschäftlich nutzen in dem Sinne und auch da stellt sich die Frage, wie sieht das aus, auch das im Recruiting-Bereich zu nutzen? Wie schätzt du das ganze Thema ein? TikTok sehe ich vor allem den Vorteil, dass man da auch durch kurze Videos eben auch zeigen kann, wie zum Beispiel der Arbeitsalltag aussieht in der Firma, wie die ganzen Werte sind, wie eben auch für Ads natürlich, wenn man Direktstellen besetzen will. Das hat natürlich einen großen Vorteil, weil man da noch jüngere Leute hat, tendenziell, und dann dazu eben auch viel mehr Input geben kann. Und vielleicht ganz kurz, wenn man jetzt auf TikTok was schaltet, da stellt sich auch immer die Frage so, hey, wie soll ich es jetzt machen? In welchem Format soll ich das machen? Oder, also sicherlich sollte man da jetzt nicht irgendwie einen Dance-Move machen, was ja normalerweise sehr, sehr beliebt ist auf TikTok. Also vielleicht kannst du da noch so ein, zwei Tipps mitgeben, wie man da eigentlich relativ schnell vielleicht starten kann, dass man da auch sich ein bisschen sicherer fühlen kann. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt verschiedene Formate, die man einsetzen kann. Natürlich kann man das extrem professionell gestalten, aber für den Anfang reicht wirklich, dass man zum Beispiel mit dem Handy ein kurzes Selfie-Video aufnimmt und dann am Ende des Tages auch ein bisschen wackelt, dass das halt einfach authentischer rüberkommt. Das ist mittlerweile ein Format, was sehr gut funktioniert, weil eben in den letzten Jahren alles so übertrieben bearbeitet wurde. Das heißt, das normale Authentische funktioniert jetzt wieder zum aktuellen Zeitpunkt sehr, sehr gut und dementsprechend ist das eine Methode, in der man sehr schnell beginnen kann, ohne jetzt viel Zeit zu verwenden. Verstehe, sehr gut. Alles klar, ich würde sagen, dann schliessen wir das Ganze ab. Es war extrem interessant. Ich danke dir auch, dass du heute bei uns warst und wir werden auch unten noch kurz deinen YouTube-Kanal einblenden. Wenn ich es richtig sehe, da gibst du ja auch entsprechend so ein bisschen Gratis-Content und auch Tipps zum Thema Recruiting und ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass du bei uns gewesen bist und als Zuschauer, wenn dir das Interview gefallen hat, dann kannst du auch sehr gerne unseren Kanal abonnieren. Da werden wir immer wieder auch so Unternehmer-Interviews auch bringen zu verschiedenen Themen, die dich auch weiterbringen als Unternehmer und natürlich auch, wie gewohnt, auch Steuertipps und Steuer-Content. Und wenn du auch informiert werden möchtest, sobald wir mal ein neues Video rausbringen, dann klick natürlich auch auf die Glocke. Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und bis bald.